Eieiei, das ist aber noch mal ein schöner Zug. Grüß dich wohl! Sind ihr mein Chauffeur für unser Bergwerk? Ja, richtig. Du bist am rechten Ort. Du sagst, das gefällt mir sehr gut. Ich bin Anna. Ja, wir fahren jetzt hoch in den Stollen. Und zwar fahren wir hier im Zickzackgläuse. Wir hatten kein Geld für einen Kehrtunnel zu machen. Das heisst, wir gehen vorne und wieder hinten, wechseln den Gleis um und gehen auf diese Seite. Aber wer sind wir überhaupt, wenn du sagst, von wem redest du hier? Wir sind der Bergwerkverein, VEB heisst das. Der wurde vor etwa 15 Jahren gegründet. Und wir arbeiten hier alles freiwillig in Frohnarbeit. Das Gläuse, das wir hier haben, ist nicht original. Das originale Gläuse kam von früher oben hinein, um die Seile herum und haben dort das Eisenerz hineingekippt. Das Gläuse, die Strecke, haben wir nur für unsere Besucher touristische Zwecke gemacht. Extra für uns, für Leute, die auf Besuch kommen. Richtig, genau. Wo darf ich einsteigen? Wo darf ich einsteigen? Ja, du darfst jetzt hinterher gehen. Hinten? Kannst dir ein Wege aussuchen. Nun, was soll ich nehmen? Hier. Das nehmen wir natürlich. Herzlachen. Ja, das Herzlachen. Logisch. Das nehmen wir. Du musst laufen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Stollen. Ich bin sehr gespannt bei uns in Luzern. Das ist kein Schiff vor. Ich sage nichts. Ich riskiere mein Leben. Ich bin auf Besuch. Ich glaube, das ist Endstation. Gut. Gut. Perfekt ernst. Ich danke dir vielmals für die entspannte Fahrt. Bitte, bitte. Aber ohne Helm geht man nicht in den Stollen. Bitte anlegen. Ich weiss, ich habe morgen vier Stunden vor. Nützt wieder nichts. Ist es gut? Gut. Alles klar. Danke vielmals. Viel Vergnügen im Stollen. Merci. Das ist schon so etwas Geheimnisvolles. Nicht? Zurück in den Stollen. Die besten Schuhe habe ich angelegt. Ui, ist kalt. Hallo? Jetzt bin ich gespannt. Hallo? Angenehm frisch. Ich würde sagen, so geschätzt wie in 13 Grad. Irgendwo ist er schon der Chef. Psst, nicht so laut. Ach, das ist doch so. Grüezi. Hallo. Grüezi miteinander. Stefan, Servus. Ein bisschen Graben zwischen uns. Willkommen im Bergwerk. Danke vielmals. Jetzt sind wir wirklich zu mitten drinnen. Du stehst auf einer Brücke, unteran haben wir ... Was sehen wir da? Hier ist unser Ammonitenboden, den ich gerade bestaune. Das ist ein Meeresboden, der 165 Mio. Jahre alt ist. Was? 165 Mio. Jahre? Genau. Wie kann man das feststellen? Nimmt man hier Steiproben? Unsere Geologen nahmen hier Steiproben, das analysieren lassen. Und sie kamen auch zu der Theorie, dass hier mal ein Jura-Meer war, das warm war. Und dann die sogenannten Ammoniten als Lang gespült hat und die sich so abgesetzt haben. Ich habe so viele spannende Sachen gesehen da vorne. Treffen wir uns da vorne irgendwo? Geht das? Hier drin ist Erz abgedreht worden, gell? Genau, hier hat man Eisenerz abgebaut. Und vielleicht könnte ich euch auf dieser Tafel hier gerade schnell ein paar Punkte erzählen. Sehr gerne fragen, für was braucht man Erz? Also weisst du, für die wie mich, die keinen Plan haben, was man mit Erz macht? Eisenerz ist ein Produkt, aus dem stellt man Eisen her. Also das ist das hier? Das ist das Brune, das ihr hier seht. Die braune Schicht, die rund drei Meter hoch war, hat man hier drin abgebaut. Achso. Das ist der Berg, wo wir jetzt hier sind, auf dieser Seite der Strasse. Und hier hat man 1937 bis 1967 Erz abgebaut. Wahnsinn. Aber dann war es nicht so hoch. Das ist... Für dich wäre es schwierig geworden, von der Grösse her? Für mich wäre es schwierig geworden, wenn wir hier hinten schauen. Die original Höhe sehen wir dort hinten. Okay. Äh, ja. Ist etwa 1 Meter wie hoch? Ungefähr so? Keine 2 Meter. 1,80 Meter oder so war die original Höhe. Keine Platzangst? Darf man also keine Platzangst haben? Nein, da hat man keine Platzangst gehabt. Das sind die Männer, die damals im Berg waren. Er hat 42. Genau. Das ist ein Foto während der Kriegszeit, wo man hier eigentlich am meisten Erz abgebaut hat. 1942 im Restaurant Sonne im Nachbardorf in Neuken. Wahnsinn. Das war der Körper. Ich glaube, die Mitarbeiter sind stolz gewesen, dass sie hier arbeiten durften. Das sieht man hier an der Bergwerksbrosche an, die fast jeder trägt. Ah ja, tatsächlich. Und sie waren auch sehr schön angelegt. Ja, im Anzug. Das ist die Brosche, die hier am Pfeiler anhangt, vergrössert. Und die konnten ihr aber quasi nachverfolgen, wer das ist. Genau. Sehe ich hier, nehme ich an, mit den Nummern drauf. Wir haben die Fotos eigentlich kopiert, eine Nummer gegeben und dann unten eine Legende gemacht. Und wir konnten doch schon zwei Drittel herausfinden, wer da ist. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt hier irgendjemanden erkennt und sagt, das ist doch der Vater der Schwester der Mutter. Melden, oder? Sehr gerne. Dass wir es rekonstruieren können. Den Eiffelturm habe ich noch gesehen, bevor wir weiter stürmen. Warum ist der Eiffelturm hier? Der Eiffelturm soll darstellen, wie viel Eisen man hier abgebaut hat. Insgesamt sind es 1,6 Millionen Tonnen Erz. Darunter kann man sich nicht viel vorstellen. Mit dem Eisengehalt, den das Erz hatte, hat es rund 470'000 Tonnen Roh-Eisen gegeben. Und das wiederum sind 67 Eiffeltürme, wenn man davon ausgönnt, dass ein Eiffelturm etwa 7'000 Tonnen hat. Ui, der Zahltag. Genau. 88 Stunden hat der Mann hier gearbeitet, vom 1. bis 15. Februar 1943. Zu 1.17 Franken. Nein. Das mag jetzt nach wenig Tönen, ist aber dazumal ein guter Lohn gewesen. Wir haben recherchiert und herausgefunden, dass das im Vergleich zu anderen Berufen ein guter Lohn war. 1.17 Franken. 1.17 Franken. 1.17 Franken und noch ein Teuerungszuschlag. Aber es ist ja so körperlich da. Das war eine ganz harte Arbeit. Der Mann hier in luftiger Höhe, hier hat die Zauwahn wahrscheinlich auch keine Freude mehr. Ohne Helm? Nix. Nix. Das ist noch ein Stollen, wie er dazumal war. Da haben wir eigentlich gar nichts dran gemacht. Da sieht man zum Beispiel noch die Bohrlöcher von dazumal, die sie geborrt haben. Was ist die Idee? Was möchte ich dir gerne mit euch im Verein oder mit dem Bergwerk? Unser Ziel ist schon das Besucherbergwerk zu machen. Also da sind wir eigentlich schon dran. Wir machen ja rund 100 bis 150 Führungen pro Jahr und haben damals auch offene Sonntage. Aber wir möchten schon, dass man noch weiter hinterher gehen kann und auch mal mit dem Band hineinfahren. Das sollte eigentlich bis in einem Jahr der Fall sein. Ein Jahr? Und das ist jetzt das Original, das man nicht mehr hat? Das Original nur ... Das ist eine Originallohre, wie man denen sagt. Eine Lohre, ja. Da haben die Arbeiter das Erz reingeschaufelt. Jetzt hat man das Gefühl, es wird immer etwas kühler. Täuscht das? Nein, es sollte eigentlich überall gleich sein. Aber vielleicht hat man hier einen Zug, das den Wind etwas zieht. Ui, da steht das Sprengstofflager. Wird es jetzt gefährlich? Vorne ist ein kleines Räumchen, wo die Zünder drin waren. Der Sprengstoff lagert mich separat, damit sie auch nicht in die Luft geht. Und der war hier drin. Oh, wow, okay. So ein bisschen unheimlich ist es auch nicht. Ja, das soll es auch sein. Ein bisschen ein Feeling sollen wir hier drin haben. Ja, also das Feeling hat man definitiv. Das ist immer so. In den Dorfbach rein. In den Dorfbach? Und ist es besonders frisches Wasser? Ja, vielleicht ein bisschen Eisenhaltung, aber ich denke, es ist sicher gutes Wasser. Stefan, danke vielmals, dass wir hier sein durften. Es gäbe noch so viel zu sehen, aber Zeit drängt. Ich hänge meine Herren hier auf. Ich hoffe, das ist okay. Nein, gib den mir. Dann hängen wir an ein anderes Ort. Die Frisur wieder. Das ist ein Käsegestell. Wir haben immer noch eine Vision. Es gibt auch in der Region Bauern, die einen lokalen Käse herstellen. Und diese haben eine Vision, dass man den Käse mal hier rein lagern kann. Vielleicht gibt es das einmal. Dass wir im Bergwerk innen Käse lagern aus dem Friktal. Genau. Was für eine schöne Idee. Denn dann kommen wir definitiv wieder auf Besuch. Ja, ich sage danke vielmals fürs Zuschauen. Haben Sie ganz eine gute Zeit. Und nächstes Mittwoch wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Auf Besuch. Freundlich unterstützt von der Neuen Aargauer Bank. Der Aargau im Namen und im Herzen. Neue Aargauer Bank.